so leute weiter geht es mit dem vierzehnten part von let's play heavy rain jetzt spielen wir weiter mit dem fbi agenten und ich bin gespannt was auf uns zukommt war es das erste mal ihr wisst was er meint oder das erste mal dass jemanden erschossen habe richtig das erste mal ist immer schwer das ändert sich ich will nicht darüber reden okay das ist er gut dann wollen wir mal ja fbi der kleine drecksack den schnapp ich mir jawohl so wir kriegen dich noch mein freund meine fresse bin ich gut bis jetzt noch alles wunderbar kann sich natürlich noch ändern aber fast doch perfekte scheiße die auf und rennen mein freund jetzt geht wieder alles schief auf jetzt habe ich gegen den tisch gedäppert auf es ist es ist es ist so ich glaube das wird die nächste person sein die ich erschießen werde das kann ich ja überhaupt nicht eine saugkälte hier meine hände sind ganz taub du mieser sau du scheiße wo ist der hin ich sehe hier gar nichts na los zeig deine hässliche visage zeig sie dann baller ich direkt in die fresse wo ist denn der komm ich finde dich noch der fliegt nicht der fliegt nicht uah du drecksack uah du drecksack jo warte nur ab so jetzt bist du am arsch mein freund nicht mit mir freundchen nicht mit mir anscheinend haben wir unseren origami killer so leute das war der part mit dem fbi agenten jetzt geht es gleich weiter mit scott smith glaube ich ne scott shelby so ist der nicht mit und ja wir sehen uns beim nächsten part wieder so